Herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Massewelt. Ich gehe weiter im Götung. Sie dürfen nicht die Kontrolle über die Station übernehmen. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Das ist ein Schwerpunkt. Schau, 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 schau. Geh sicher. Zur Steuerung! Roger, roger. Ich meine hier würde sowas anderes rumlegen, was ich aufheben könnte. Verteidigung ist ausgeschaltet. Die verbliebenen Schiffe sollen sich am Rendezvous-Punkt sammeln. Ei, ei. Flugbahnen berechnet. Wir bilden bereits eine Schlange. Bray, kommen. Status? Rendezvous-Punkt gesichert. Hangartüren aktiviert. Sind in Kürze offen. Ich brauche sie jetzt offen. Meine Vögel kommen rein. Ankunft vorbereiten. Was genau ist dieser Rendezvous-Punkt? Dorthin sind wir unterwegs. Ein Bunker, den ich auf dem D-Deck eingerichtet habe für heiklere Operationen. Er ist völlig uneinnehmbar. Mit eigenem, geheimen Hangar und Dock. Unabhängige Energiequelle, Lebenserhaltung, Munition. Sie werden sehen. Einsatz auf dem D-Deck. Untersuchen und auf weitere Befehle warten. Dich kriege ich noch. Cerberus. Nun geht es los. Der General weiß wahrscheinlich, wohin wir unterwegs sind. Dann also keine Besichtigung. Bray, Achtung. Sie kriegen Besuch. Großartig. Nehmen Sie den anderen Ausgang. Ich habe den Weg abgeriegelt, auf den wir gekommen sind. Alarm. Alarm. Verteidigungsstationen. Stattlich kommen auch noch ein paar Mächs. Wahrscheinlich auch noch. Verteidigung außer Betrieb. Reparatur nicht möglich. Affen ein... Die Eingringlinge! Feuer! Sieben, fünf, drei. Wir sorgen für Aufruhr. Gut. Sprecher, 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 Sprecher. Ah, die Omega Skyline. Jetzt fühle ich mich zu Hause. Seltsam. Was ist das da hinten? Irgendeine Art Kraftfeld. Das ist nicht gut. Nicht Menschen ohne Aufsicht melden sich mit dem nächstgelegen. Einige meiner Männer. Und endlich! Das hat wir. Ich habe aus dem falschen Fähigkeit genutzt und mein ganzes Schild damit weggemacht. Wenn die Granate angeflogen kommt, das war deprimierend. Das hat wir aus dem falschen Fähigkeit genutzt. O-Mega gehört mir! O-Mega gehört mir! Back. So mag ich, dass ich irgendwas verpasse, wie ein Rüstungsset oder so. F.O.F. 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 Reichweihern. F.O.F. 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 Was zum Teufel macht er da? War das nicht bei denen das Problem, wenn ich den Kopf abschießt, dass sie weiterleben? Was zum Teufel macht er? Was zum Teufel macht er? Ich hätte viel Lust dagegen zu laufen, muss ich sagen. Boah, Level ab sind wir. Was machen Sie da? Sie in ein Geheimnis einweihen. Die Leiter runter. Das sind dumme Helden, die wir hier tragen. Wer da? Zeigen Sie sich! Bei den Geistern, sieh mal an, Arya T. Loke. Nairin, was zum Teufel machst du hier? Katz und Maus spielen. Versuchen am Leben zu bleiben. Wenn diese Tunnel nicht wären. Meine Tunnel. Zum Glück habe ich sie dir gezeigt. Andernfalls wäre ich längst tot oder gefangen. Äh, sie werden nachlassig, Arya. Anscheinend halten Sie viel von offenen Geheimnissen. Da irren Sie sich, Commander. Keiner bewahrt Geheimnisse so sicher wie Arya. Shepard, das ist Nairin Kandros. Früher thorianisches Militär. Wir kennen uns schon ewig. Ich habe sehr viele Fragen. Aber das muss warten. Komm mit. Wir bringen dich in Sicherheit. Ich gebe mein Bestes. Wollen Sie die Schütze halten? Ich werde sie nicht holen, also halten Sie Kontakt. Keine Sorge. Das ist ganz in meinem Interesse. Kontakt zu halten? Höh. Na, ihr kriegt her. Ich weiß nicht, das sind wieder ihre Standarddinger. Warum sind Sie zurückgekommen, Arya? Um mein Eigentum zu beanspruchen. Sie haben also etwas zurückgelassen? Nicht etwas. Alles. Arya, Sie haben recht. Sie werden angegriffen. Wie ist der Flottenstatus? Landen doch im Unker. Feind draußen halten. Abriegel. Sofort. Schutztüren runterlassen. Schutztüren runterlassen. Schauen Sie doch eh nicht ohne uns. Grey, warum sind die Kanonen nicht online? Etwas stört Sie. Versuche identifizieren. Wir fallen dem Feind in die Flanke und lenken ihn von Ihnen ab. Ich freue mich. Zeig mal dann Teile Schild. Ich freue mich. Systemausfall in Kürze. Systemausfall in Kürze. Ich bin wieder da, ihr Arschlöcher. Shutdown in Kürze. Shutdown in Kürze. Gehen wir aus dem Weg. Ich 바�ra mich. Ich bin wieder da. Ich bin wieder in Kürze. Ich bin wieder in Kürze. Nicht mehr lange! Ist auch schon Shit gemacht worden. Shit gemacht. Es wird ja Spaß daran zu kommen. Ja, es ist ein Schuss, es ist ein Schuss. Gehen Sie zur Schutztür. Ja, ja. Bunkerteam, Brücke einziehen und Schutztür runterlassen. Wir kommen rein. Blut und Verderben bringen wir. Wir bringen den Tod, nicht die Reaper. Wir sind drin, abriegeln. Aria, ich weiß, das hier ist eine Fespe, aber der General weiß Bescheid. Ist sie noch sicher? Haben sie einen anderen Plan? Haben sie sich im Dunkeln sicherer gefühlt? Sie sollten wissen, dass ich alles in Erwägung ziehe, was das angeht. Nairine, du hast Omega voller Wut verlassen. Ich wusste nicht, dass du zurück bist. Warum? Ich war nie weg und hab alles versucht, das vor dir zu verheimlichen. Das ist nicht einfach. Gut gemacht. Aber warum? Ich konnte einfach nicht weg. Heute wünschte ich, ich wäre gegangen. Nun, du hast immer gesagt, ich wäre dein Tod. Das können doch nicht Spionen sein. Woher wissen wir, dass sie nicht für Cerberus arbeitet? Da sind sie auf dem Holzweg. Ich weiß aus Erfahrung, dass es in Nairines Körper keinen einzigen käuflichen Knochen gibt. Commander, die Cerberus-Besatzung ist illegal. Sie müssen von der Station vertrieben werden. Nur Worte. Ich hab nichts gegen Kontrolle, Commander. Keine Sorge, Nairine. Ich weiß, du bist keine Bedrohung. Du bist aus der Übung. Schießt aber immer noch. Melde dich beim Diensthabenden. Bray, beobachten Sie sie. Aha, sie vertraut sich auch nicht. Beobachten sie. Okay, Shepard. Wir müssen uns beeilen. Ich will meine Rache. Ich stehe nicht im Weg. Sie tun, was sie tun müssen. Und ich dachte, sie wären nur mitgekommen, um mich umzukrempeln. Sobald der Bunker in Betrieb ist, haben wir Aufklärung und geheimen Zugang zum Großteil der Station. Ich würde es begrüßen, wenn Sie alles überwachen, damit die Vorbereitungen reibungslos verlaufen. Was werden Sie tun? Nach meinen Truppen sehen. Ich muss wissen, wie viele überlebt haben, bevor ich den Angriff plane. Dauert nicht lange. Kommen Sie zu mir zur Steuerkonsole, wenn Sie bereit sind. Wenn die Geschütze hier drin angehen würden, das würde eine Sauerei geben. So, hier gibt es hier Rüstungsteile. Sonst hätten wir die Kindeslösen. Nein, wenn wir das Schiff nicht verloren hätten. Und die Leute. Ja, ich habe es auch. Ruck? Ruck, bist du da? Ich schwöre dir. Hi. Wo liegt hier das Problem? Die Stromwandler haben Kurzschlüsse. Ich habe versucht, sie zu umgehen, aber das geht nicht. Wahrscheinlich liegen irgendwo auf Omega noch welche rum. Wenn Sie also auf ein paar Kiri-Wandler stoßen, bringen Sie sie hierher. Mal sehen, was ich tun kann. Hm. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und damit auf Wiedersehen.